Die beiden Autos müssen jetzt nach Stuttgart ins Museum gebracht werden. Dort werden sie nochmal begutachtet und der endgültige Preis wird festgelegt. Wenn das mit dem Preis, den ihr gerade genannt habt, 100.000 Euro, wenn es nicht eigentlich weniger wird. Da sind wir sehr optimistisch. Da seid ihr optimistisch, dass es eher mehr wird, da habe ich da gerade raus. Da bin ich auch optimistisch. Ich auch. Du auch. Und für viele haben sie jetzt die Einladung. Leute von Porsche vertraue ich auch. Ja, das versteht mich. Gut, dann haben wir also jetzt ein Geschäft. Wahnsinn. Das dürfte der wertvollste Handschlag in der Geschichte des Trödel-Trupps sein. Kein Wunder, dass Bernd und Otto um die Wette strahlen. Super. Wann holt ihr die Autos hier ab? Ja, wir würden uns am Montag melden. So schnell wie möglich. Sehr geil. Also, Dienstag, Mittag oder so. Das ist realistisch. Und wir bieten ihn an, wir schicken ihm Flugtickets. Sie kommen dazu von Haus und sind mit dabei. Ja, gern. Dann machen wir das. Das ist mehr als ein großer Schatz für mich geworden. Also, ich dachte, ich habe was Wertvolles für mich selbst. Aber jetzt sehe ich, dass es für andere auch sehr wertvoll ist. Und das ist natürlich toll. Der rote Porsche 901 ist womöglich 20-mal wertvoller, als Bernd vermutet hätte. Dieses Angebot übertrifft alle Erwartungen. Ja, das dauert jetzt ein paar Wochen, bis die Gutachten für die Autos fertig sind. Dafür werden die beiden Sportwagen in einem geschlossenen Transporter zu Porsche nach Stuttgart gebracht. Dort wird zunächst der Zustand der Autos akribisch dokumentiert. Alles wird fotografiert und vermessen. Dann ist es soweit. Das Museum hat die Gutachten erstellt. Heute wird sich zeigen, wie viel die beiden Porsches tatsächlich wert sind. Otto, Bernd und seine Ex-Partnerin Birte, die Eigentümerin der Wagen, sind nach Stuttgart gereist. Bist du nervös? Ja, sehr. Also, ich bin reichlich gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Immer stundenweise nur. Und, äh, ja, abwarten ist, was jetzt kommt. In der Werkstatt des Museums werden Fahrzeuge für die eigene Sammlung restauriert. Diese umfasst ca. 450 Exponate. Und bald steht vielleicht auch der Porsche 901 hier, auf dessen Gutachten alle gespannt warten. Was haben die Gutachten ergeben oder wie sehen die aus? Darf man da mal reingucken? Dürft ihr gerne reingucken. Wir haben zu beiden Wagen jeweils zwei Gutachten. Ah, cool. Bruno, magst du ganz kurz die technische Seite erklären? Danke. Mich interessiert ja der Rote eigentlich sehr, sehr brenner. Der Rote ist, denke ich mal, das interessanteste Objekt von uns. Ah, mit Fotos. Ja. Wir haben also... Ich halte das mal so. Bernd, da kannst du auch mit reingucken. Ja, ich gucke dir über die Schulter. Werkstattleiter Kuno Werner erläutert das Gutachten. Wir haben den Wagen komplett angeschaut. Wir haben auch die Teile geortet und gefunden, die dabei waren. Und haben uns dann ein Bild verschaffen können, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet und was wir daraus noch machen möchten. Wie du siehst, tut sich das Ganze wie ein Puzzle zusammensetzen aus vielen Faktoren. Das sind jetzt die positiven Dinge. Schade ist ein bisschen, der Motor, der drin ist, ist ein typgleicher Motor, der fast wieder gut ist. Leider aber die fortlaufende Nummer ist eine andere. Das ist ein Problem, denn es mindert den Wert des Wagens. Aber aus dem gleichen Modell. Und auch das Getriebe von der Nummer ist leider nicht identisch. Im Laufe der Jahre wurden also Motor und Getriebe von Bernds Porsche getauscht. Das ist nicht schön, aber keine Katastrophe. Denn wichtiger sind ohnehin andere Nummern. Die Fahrgestellnummern sind auch so eingeschlagen, wie sie früher waren. Das war aber alles... Das war ein original gekauftes Auto. Die sind im Armaturen, oder? Gibt es auch, ja. Es gibt mehrere Nummern in so einem Fahrzeug. Die ist hier vorne im Motorraum. Also nicht im Motorraum, sondern im Tankraum. Genau. Mit den Fahrgestellnummern ist bei Bernds 901 zum Glück alles in Ordnung. Das Auto ist wirklich der Wagen, der als Nummer 57 vom Band rollte. Das wird mit Sicherheit eine Mammutsaufgabe auch für uns Fachleute werden, den Wagen wieder... So zu machen, dass er aussieht wie die Neue. Genau, dass er so wieder in dem Ursprungszustand ist, wie er mal das Werk verlassen hat. Aber ich hoffe, dass ich mir den nochmal angucken kann, wenn es so weit ist. Herr Eibold, natürlich dürfen Sie die Restauration des Wagens verfolgen, aber Sie sind auch immer gern gesehener Gast hier im Porsche Museum. Und natürlich auch eingeladen, wenn wir das Fahrzeug in die Ausstelle. Das ist toll, das freut mich. Danke. Ich glaube schon, dass das hier genau richtig ist. Wenn der wieder richtig schick gemacht ist, das ist ein Traum, das Auto. Das war ein Traum für mich damals. Der blaue, der da hinten steht, ist das nicht der gleiche? Oder so ein ähnlicher? Die sind ziemlich gleich, ja. Das sind fast schon Geschwisterchen, könnte man sagen. Das sieht aber ein bisschen anders aus, ne? Ja, da ist hier noch einiges Arbeit zu tun, um in den Zustand zurück zu versetzen. Da gehen wir doch mal hin. Lass uns den mal angucken. Ich will mal auch mal sehen, wie der Wagen aussieht, wenn er fertig ist. Vom Traumzustand des blauen Porsches ist Bernds Auto natürlich noch hunderte Arbeitsstunden und zehntausende Euro entfernt. Aber irgendwann wird er genauso niegelnagelneu aussehen. Wow! Der sieht hier aus wie ... Der Krom allein, ne? Frisch aus dem Werk. Bernd darf sogar Platz nehmen. Ein unvergleichliches Erlebnis und eine Zeitreise. Ich fühle mich 30 Jahre jünger. So ein Auto. Wenn es jetzt noch rot gewesen wäre, dann wäre es komplett. Bernd hat viele schöne Erinnerungen an die Zeit mit seinem roten Porsche. Das bewegt ihn sehr. Jetzt wird es ernst. Ich zitter innerlich. Man sieht es nicht, aber ich zitter innerlich. Ich würde gerne anfangen mit dem 67er 11er, der natürlich auch einiges noch an Restaurationsbedarf hat, wie man sieht. Allerdings. Man könnte auch sagen, dieser Porsche ist ebenfalls mehr oder weniger ein Wrack. Hierfür würden wir Ihnen einen Preis von 14.500 Euro anbieten. 14.500 Euro für diese abgewrackte Rostlaube. Bernd ist sprachlos. Da hat er wohl alles richtig gemacht, als er auch diesen Porsche aufgehoben hat. Ich glaube, das ist ein angemessener Preis. Wir müssen ja noch einiges in die Fahrzeuge reinstecken. Also denke ich, das ist absolut fair für den 67er. Finde ich super. Super Preis. Dann kommen wir zu dem Fahrzeug. Es sieht ja noch ein bisschen desolater aus. Da ist es uns natürlich auch nicht leicht gefallen. Das Gutachten war deutlich umfangreicher. Bernds 901 ist zwar völlig mürbe, dafür ist er aber extrem selten. Er ist einer von nur 82 jemals gebauten. Und hier würden wir Ihnen einfach gerne einen Preis anbieten von, ich muss selber nochmal nachschauen, weil ich es kaum glauben kann, 107.000 Euro. Eine unfassbare Summe. Trotz des nicht nummerngleichen Motors samt Getriebe ist dieses Angebot sogar noch 7.000 Euro höher als erwartet. Bernd ist emotional im Ausnahmezustand. Mir fehlen auch die Worte so einfach, also jetzt in dieser Aufregung, also ich zitter und schwitze und alles auf einmal. Das heißt in Summe für beide Fahrzeuge 121.500 Euro. Ein Neustart für Bernds Leben. Ein großer Teil seiner Schulden ist getilgt. Der kann jetzt nicht laufen. Bei mir ist der Blutdruck hochgegangen. Also toll. 100... 21.000. 21.500 Euro. Beide von der Flüße hier stehen. Wahnsinn. Das fantastische Ergebnis lässt alle strahlen. Und Museumschef Achim Steysgal hat ein gutes Gespür für Bernds heimliche Wünsche. Es ist ja jetzt schon ein Weilchen her, dass Sie mit einem 11er ähnlichen Baujahres gefahren sind. Und wir würden Sie einfach gerne einladen mit dem blauen, in dem Sie vorher schon eine Sitzprobe gemacht haben, einfach eine kleine Runde hier ums Porsche Museum zu drehen. Was halten Sie davon? Keil. Toll. Würde mir viel Riedenspaß machen. Steigen Sie ein, fahren Sie los. Schlüssel steckt. Das lässt sich Bernd nicht zweimal sagen. Bis später. Viel Spaß. Und da fährt er los in seinem Traumwagen, dem 911, mit dem er viele großartige Erinnerungen verbindet. Das war ein ganz tolles Gefühl. Das war ein ganz geiles Gefühl. Das war ein supergeiles Gefühl. Also mal wieder so ein Porsche und den Porsches Sound und den direkten Kontakt zur Straße. War herrlich. Auch Otto ist begeistert. Also das ist eigentlich einmalig, so ein Auto zu finden und dann auch noch den richtigen Käufer dafür. Das war ein Megageschäft. Das muss man sich mal überlegen. Das sind 121.500 Euro. Das ist eine Megasumme. Ich glaube, das war der größte Fund, den ich jemals entdeckt habe. Und dabei ist das noch nicht mal alles. Denn die Gesamtsumme steht ja noch aus. Die hat Otto in der Zwischenzeit zusammengezählt und bringt sie als Geschenk verpackt mit auf den Hof nach Badenitz. Ja, jetzt ist der große Moment der Geldübergabe. Da ist eine ordentliche Summe zusammengekommen. Eigentlich die größte, die ich jemals für eine Familie erwirtschaftet habe. Und jetzt bin ich mal auf deren Gesichter gespannt. Kein Wunder, so gute Nachrichten kann man selten überbringen. Hi zusammen! Oi! Seid ihr in den letzten Zügen, ja? Ja, kann man sagen. Das gebe ich dir schon mal in die Hand. Das darfst du gleich öffnen. So, und jetzt stellst du dich mal da hin. Und ich hoffe, du hast noch nicht so viel verraten. Was denkt ihr denn, wie viel Geld wir eingenommen haben? Na ja, also das, was ich so mitbekommen habe. 8.000 bis 10.000 Euro so? Nee, ich glaube weniger. War weniger? Ja, 7.000 bis 8.000 vielleicht. 7.000 bis 8.000? Mhm. Okay, euch beide brauche ich glaube ich nicht fragen, sonst verratet ihr eh zu viel. Dann werde ich euch jetzt verraten, wie viel Geld wir gemacht haben. Was ist drauf halten? Wir haben jede Menge Schrott hier in den Ecken gefunden. Das stimmt. Da müsste also ein nettes Sümmchen zusammengekommen sein. 800 Euro. 800 Euro. Ich hatte schon viel. Und das war nur das Zeug, was du hier in den Ecken überlegen hattest, wo du eh keine Verwendung mehr für hattest. Das ist schon ordentlich. Das ist ein Rundbauer. Als nächstes haben wir hier einen Werkzeugmarkt gehabt. Bernd konnte sich nur schwer von seinen Werkzeugen trennen. 635 Euro sind dafür ein schöner Trost. Weiter geht's mit den Autos, die immerhin 4.500 Euro einbrachten. Die Autoteile spülten nochmal 340 Euro in die Kasse. Ein goldener Porsche stand hier in der Garage drin. Der sah nicht mehr so gut aus. Der sah aus wie so ein Baukasten halt. Da haben wir die Teile noch zusammengesucht. Die Familie ahnt noch nichts vom wahren Wert der Autos. Zur Erinnerung, Schwiegersohn Bodo hoffte auf 8.000 Euro. Für alles. 14.500 Euro. Hartlich, oder? Das hätt ich nicht gedacht. Nein. Das sieht eher nach 145 Euro aus. Als nächstes haben wir noch einen Porsche gehabt. Der war aber vom Zustand nicht mehr gut. Der war schon total zerfressen. Wir haben für den Porsche bekommen. Otto hat den Porsche nochmal extra schlecht gemacht. Dann überrascht der fantastische Preis noch mehr. Gleich ist es soweit. 107.000 Euro. Das ist einfach nur gigantisch. Dann finde ich das richtig toll. Gesamtergebnis. Jetzt dürften Trödeltrupp-Rekorde purzeln. Voila. 128.000 Euro. Wahnsinn. Super, Bernd. Davon hatte niemand auch nur zu träumen gewagt. So, Bernd. Jetzt darfst du auch mal das Ding aufmachen, was du da in der Hand hast. Ja. Ich helfe dir da mal bei, ja? Zum letzten Mal präsentiert Otto Bernd und seiner Familie eine Überraschung. Was hat er sich dieses Mal wieder einfallen lassen? Oh. Einen Koffer voller Geld. Ist das nicht cool? Wahnsinn. Das ist ja cool, ja. Wer würde nicht gern mal so einen Koffer voller Bargeld bekommen? Ein Wahnsinnsanblick. So viel Geld auf Einhauffung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Kannst wahrscheinlich auch das Einzige wahr sein. Dann kann ich es wirklich noch mal wiedersehen. Dann ist ja mein Einsatz jetzt hier beendet. Schade. Schade, ja. Schade, hätte weitergehen können. Kannst gar nicht wiederkommen. Hat Spaß gemacht. Und Otto, noch mal richtig vielen Dank. Also, du hast mich glücklich gemacht. Das ist doch schön. Bernd kann einen großen Teil seiner Schulden bezahlen und ist hoffentlich nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen. Und auch für Birte hat sich der Einsatz des Trödeltrupps gelohnt. Ja, ich glaube, um Bernd muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Die Summe, die wir erwirtschaftet haben, die ist riesig groß. Das war wie ein Sechser im Lotto. So viel Geld hat der Trödeltrupp noch nie erwirtschaftet. Aber man kann ja nie wissen, vielleicht wartet der nächste Rekordfall schon.